Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mushroom Wars. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben bei einem super epischen Kampf und ich hoffe natürlich, dass ich den diese Folge noch hinbekomme. Wir wollten gerade unsere Truppen hier komplett verlagern, um den Gegner zu besiegen, aber er hat halt wesentlich mehr Moral, weswegen wir halt stark aufs Maul bekommen. Wir müssen diese Moral abwarten oder wir warten, bis wir uns irgendwie verteidigen können. Okay, er wird hier unten angreifen, oder? Sehr, sehr sicher, sehr schön. Schön reagiert und frühzeitig. Das heißt, wir bauen seine Moral ab und bauen unsere Moral auf. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier irgendwie auch im Turm immer 100 haben. So, und hiervon auch nochmal. Okay, jetzt denke ich, dass wenn ich mit, wenn ich vom Turm aus die Hälfte ziehe und beide Einheiten 75% losschicke, hiervon nochmal die Hälfte, dass wir den überrumpeln können. Das ist mein Gedanke. Okay, sehr schön. Irgendwas möchte er jetzt. Er möchte sehr wahrscheinlich das hier, oder? Ja, was denn sonst? Gut, das heißt, wir können technisch gesehen von hier alles losschicken und hier erstmal Nachschub. Sehr gut, okay. Jetzt hat er wieder sehr viel Moral, weil er sehr viel verteidigt hat. Gut, das ist nicht weiter schlimm. Das ist echt nicht weiter schlimm. Weil wir können jetzt einfach wieder verteidigen von diesem Punkt aus. Wir müssen da nur genug reinstecken, dass wir da auch genug verteidigen können. So. Da hat er sehr, sehr viel. Das heißt, ich werde anfangen, damit das untere einzunehmen. Okay, jetzt weiß ich nicht genau, wohin er möchte. Okay, er möchte tatsächlich echt hier hin. Gut, das sollte ich schon hinbekommen. Sehr schön, okay. Jetzt habe ich eine höhere Moral. Mit der höheren Moral könnte ich jetzt tatsächlich auf dieses und dieses Haus zielen. Und hiervon die Hälfte natürlich wieder instant zurück. So, sehr schön. Das haben wir eingenommen. Das haben wir eingenommen. Schicken nochmal die Hälfte zurück. Und hier müssen wir jetzt sehr schnell reagieren. Oder? Das war doch... Ja, das war sein Ziel. Okay, sehr gut. Okay, perfekt. Dann 100 hier rein. Und 50% hier rein. Die können wir alle hier drauf schicken. Sobald die angekommen sind, schicke ich den Rest hier von auch noch drauf. Also, go. Puh. Sehr schön. Also, das kann er ja selbst mit der besten Moral ever nicht aufhalten, weil es einfach zu viel ist. Okay. Perfekt. Perfekt, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Puh. Puh. Okay. Sehr, sehr knapper und sehr, sehr schöner Win meiner Meinung nach. So, wir haben Taktiker, Angreifer, Inspirierer und Architekt bekommen. Okay, deine Soldaten greifen besser an und verteidigen sich besser, wenn du die Schmieden kontrollierst. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt direkt mal auf eine Schmiede fokussieren. So. Der Gegner natürlich auch. So, jetzt greifen die besser an und verteidigen auch besser. Wir haben ja zwei Schmieden jetzt dauerhaft. Oder eine. Okay. Weil der Gegner einfach instant auf welche reinschickt. Ups. Das wollte ich gar nicht. So, dankeschön. Oh, der hilft mir sogar. Instant wieder zurück zur Schmiede, weil da wieder Gegner kommen. Okay, perfekt. Er schickt einfach dauerhaft welche los. Das ist nicht gut. Hey, wie viel will der noch schicken? Mach doch mal was anderes. Als ob der jetzt das ganze Game lang diese Schmiede versucht einzunehmen. Ich schicke die ja echt von überall rein. So, zum Glück verteidige meine sich gerade die ganze Zeit und steffen das. So, das gibt mir natürlich viel Moral. So, was ich eigentlich machen möchte, ist das Haus hier upgraden. Aber die lassen mich ja nicht. Okay. Haus upgraden. Let's go. So, in die Schmiede kann noch was rein. Okay, das heißt, wir werden jetzt wieder die Schmiede verteidigen. Okay, doch nicht. Hier vorne hereingehen. Weil der Gegner natürlich dumm wie Brot ist. Schickt viel zu wenig Einheiten los, um das zu machen. Selbst unten können wir das jetzt wegnehmen. Und wir haben einen besseren Angriff als er. Oh oh, er will mir das wieder wegnehmen. Ah! Okay. Konnte ich nicht viel machen. Aber wir können das hier easy einnehmen. So, sehr schön. Ich könnte jetzt das Haus oben rechts einnehmen, aber ich denke, das brauche ich gar nicht. Sehr schön. Oh Mann, warum habe ich das abgegradet, ich Idiot. Ich lache erstmal. Dabei habe ich erstmal den größten Fehler ever gemacht. So, von da aus einfach dahin erstmal. Rein da, rein da. So. Ja, ist eigentlich gebongt. Also kann jetzt nicht mehr viel machen. Also ich finde Schmieden eigentlich ziemlich okay, aber wir sind teilweise auch echt schwach, wenn man so denkt. Man könnte stattdessen Produktion und sowas haben. Hängt halt ab welchen Spieß den man hat. So. Okay, alle mit Stern markierte Gebäude obern. Das ist natürlich sehr, sehr machbar. Ups, das war ein bisschen zu wenig. Hier gehören auch noch ein paar rein. So. So, wenn wir den Turm an uns haben, ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Wir graden aber erstmal ab, das ist sehr, sehr wichtig hier, denke ich. So, da oben hat er sehr, sehr viel, aber das ist egal, wie viel er hat. Wenn wir verteidigen, ist das echt egal. Oh, nein. Der hat nicht angetäuscht, oder? Och, Mann, oh. Ich hab unnötig was verloren. So, also, er hat eine Schmiede. Er greift also besser an und stärker an. Wir könnten aber... Aua. Ja, das ist halt das, wovor ich Angst hatte. Dass wir da vorne die ganze Zeit Schaden bekommen. Das grayen wir noch nicht ab. Wir wollen den Turm in der Mitte haben, aber wir wollen nicht die erste Person sein, die ihn angreift. So, sehr schön. So, die 50er Einheit, damit könnten wir eigentlich auch irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. So, das ist nicht schlimm, das recovert sich immer ganz langsam, aber solange wir immer was Neues nachschicken, ist total in Ordnung. Können wir eigentlich sogar von beiden nachschicken. So, perfekt, jetzt gehört uns das. Das können wir auch direkt upgraden. Perfekt. So, das ist schon maximal upgradet. Ich denke mal, wir schicken von hier da was rüber. Von da da erstmal hin. Wir wollen hier oben lang. So, weil wenn ich nämlich hier lang laufe, dann schießt mir der Turm nicht alles kaputt. Und das ist ja sehr wichtig, dass der Turm mir nicht alles kaputt schießt, weil das sind einfach verlorene Einheiten für nichts. Ich habe kein Profit davon, kein nichts. Okay. Was wir jetzt aber machen, ist die Schmiede einnehmen. Weil dann können wir den Turm in der Mitte machen. Sehr schön. Ah, die Schmiede ist wieder weg. Aber ist okay. Ich denke, den Turm haben wir trotzdem. Oder auch nicht. Oder auch nicht, Leute. Das ist nicht so gut. Weil er wird sich jetzt den Turm unter den Nagel reißen. Er geht ja jetzt einfach for free hin und gönnt sich den Turm. Das ist nicht so gut. Das dürfte auch auf keinen Fall passieren. Und jetzt mache ich Mist und ich sterbe jetzt. Okay, never mind. Ich habe den Turm. Ich habe dafür zwar alles verloren, was ich hatte, aber ich habe den Turm. Mit dem Turm kann ich eigentlich was anfangen. Das ist sehr gut. Okay. What? Wie schnell er denn wieder zurückbekommen hat. Mann, oh. Ach, die Runde ist, glaube ich, verloren. Ja. Wir machen einfach eine neue auf. Das war Mist gebaut. Tut mir leid. Also, nochmal dasselbe. Von hier welche losschicken. Von hier welche losschicken. Das Ziel, was wir brauchen, ist die Schmiede. Mit der Schmiede hätte ich das bekommen, aber er hat halt zu schnell die Schmiede wieder zurückbekommen. Also. So. Von da aus einfach volle Ladung. Auch wenn wir da auch Small bekommen. Okay. Ah, das ist jetzt nicht so cool. Upgrade. Upgrade. Also. Wird er jetzt ganz viel nachschicken. Warten auf Upgrade. Genau. Hier können wir auch was rein schicken. So. Mein Ziel wird es jetzt sein, von hier aus wieder das Teil anzugreifen, wie vorher auch. Ich denke sogar, von hier können wir erstmal rausmoven. Weil er wird eh nicht über den Turm laufen. So. Dann werden wir von da die ganzen Einheiten wieder wegschicken. Und von da aus einfach da rein. Das ist mir dann auch egal, ob ich die erste Portion hier an den Turm verliere. Ehrlich? Warum sind die denn da nicht gestorben? Mann. So. Perfekt. Jetzt einfach hochfahren. Jetzt einfach Geduld zeigen. Ich zeige ständig keine Geduld. Weil ich muss echt warten, bis diese Sonnen von den Typen weggehen. Okay. Von da wieder alles reinmoven. Und wenn wir 50 hiervon noch losschicken und upgraden, dann geht das. So, jetzt greift er mich natürlich an, will das zurückbekommen. Das ist auch total in Ordnung, meiner Meinung nach. Ach, er hat wieder Protection vielmehr. Dammit. Ich denke da die ganze Zeit nicht drüber nach. So, wir move'n wieder hier hoch. Solange er diese Protection hat, bin ich echt am Arsch. Also ich meine, diese zwei Sonnen, die protecten so scheiße viel Damage. Okay, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir hier welche nachschicken. Ich denke, wir nehmen den Turm als letztes sogar ein. Es war vorhin echt ein Fehler, den Turm zu früh angreifen zu wollen. Mein Ziel war es ja eigentlich auch, dass die Gegner den Turm zuerst angreift. Aber ich habe einfach nicht die Geduld gezeigt. So, wir wollen das Teil haben. Also, ab zur Schmiede. Sehr schön, okay. Ja, die haben natürlich kein Problem damit, das zu bekommen. Meine Moral ist da natürlich auch gesunken. Okay. Äh, nein, nein, da lang. Okay, sie versuchen den Angriff auf den Turm. Schaffen die das? Nein, natürlich nicht. Sie schaffen es nicht. Alter, wie viel die nachschicken. Schaffen die das noch? Okay, sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt Einheiten auf den Turm schicken, gehört der Turm uns. Der Turm gehört uns auf jeden Fall. Gut, das sehr, sehr schön. Weil wir haben die Schmiede und mit der Schmiede sehr, sehr schön angehoben auf den Turm. Okay. Perfekt. Das war ein sehr, sehr gutes Play. Vom Turm aus können wir, denke ich mal, die ganzen Einheiten da drauf moven, ohne großartig Konflikte zu bekommen. So, ich denke auch, den Turm könnten wir auch leeren, wenn wir hier welche nachschicken. Sehr schön. Das ist zwar okay, dass der das jetzt zerstört. Also, nicht so schön, aber total in Ordnung. Weil ich denke, wenn wir das wieder alles nachschicken... Okay, dann schickt er auch Einheiten. Wir warten noch, bis wir mehr machen. So. Great, das gehört jetzt mir. Und da sind auch genug Einheiten, um sich zu wehren. So, das schicken wir nach. Das schicken wir da hin. Eigentlich könnten wir sogar unten jetzt angreifen. Solange der Turm halt die ganze Zeit immer ein bisschen Vorrat hat. So. Boah, wie schnell die sind. Warum sind die denn so schnell? Gosh. Also, der Trade war jetzt total worth, aber... So. Die Schmiede wollte er haben. Das ist in Ordnung. Damit habe ich gar kein Problem. Kannst du gerne geschenkt haben, wenn du dafür das Game verlierst. So. Puh. Sehr schön, Leute. Alles bekommen, was man hier bekommen kann. Das ist sehr, sehr gut. Okay, halt einen zweiten Versuch gebraucht. Aber manchmal mit ein bisschen Anlauf klappt es dann. Okay, jetzt haben wir eigentlich eine sehr schöne Map, meiner Meinung nach. So. Wir haben ja die Schmiede. Deswegen können wir diese 15er Häuser recht schnell plätten. Und das ist auch das Ziel dieser Levels, glaube ich. dass man von hier aus eigentlich so ziemlich alles so schnell wie möglich einnehmen sollte. Weil man halt einfach free Ressourcen überall bekommt. Wir werden jetzt auch direkt den Gegner angreifen. Das gehört mir, das gehört mir, das gehört mir. Okay, finally. Gut. Der nimmt das wieder zurück ein. Das ist nicht schlimm. Wir haben hier oben ein großes Haus. Und müssen die alle jetzt ein bisschen upgraden. Wenn es möglich ist. Gut. Wen wird der angreifen? Sehr wahrscheinlich dieses Haus. Sehr schön. Okay, das heißt, von hier aus kann ich eigentlich weiter. Das hier kann ich upgraden. Das hier kann ich upgraden. Die müssten eigentlich da reinmogen. So, sehr schön. Ah, das war ein Fehler. Boah, wie der das jetzt angreifen will. Holy shit. Never ever lasse ich das zu. Okay. Upgraden. Sehr wichtig. So, Nachschubtruppen. Hier muss auch was rein. So, Hälfte davon jetzt auch hier hin. Damit es verteilt ist. Sehr schön. Gutes Timing. Nein. Bitte nicht einnehmen. Oh mein Gott. Sie haben es nicht geschafft. Sehr gut. So. Die müssen jetzt hier rein. Oh wow. Das hier kann ich sogar free einnehmen. So. Dann da. Und dann wird er das unterstützen wollen. Also da hin. Dann können die da hin. Und die können hier ganz hinten hin. So. Okay. Ich denke, das war's. Also wir können. Ja gut. Braucht man nicht mehr. Das war's. Wir haben es geschafft. War sogar sehr, sehr schnell. Also das war ein sehr, sehr cooles Level. So. Gesamtanzahl, Eroberer, Inspirerer, Verteidiger, Taktiker. Alles bekommen. So. Du kannst die Art deiner Gebäude ändern. So. Drücke auf die Umschalttaste, um das Upgrade-Menü zu öffnen. Das heißt, Ziel hiervon ist es, dass wir einfach lernen in dieser Session, wie genau man mit diesen Gebäudeänderungen umgeht. Also, der Gegner macht erstmal dasselbe wie ich. GG. So. Wir brauchen nicht mal eine Gebäudeänderung unbedingt. Aber wir wollen eine machen. Das Ding ist, ihr seht gerade, Haus würde halt zum Beispiel 30 kosten, das in ein Haus umzuwandeln. Und wir wollen unbedingt, dass hier ein Haus steht. So. Ein Turm wird mir hier nämlich nicht viel bringen. Das ist, glaube ich, ein Haus. Jetzt habe ich es geupgradet. Ja, geil. Okay, dann lassen wir hier einen Turm. Wäre halt nur smarter, hier ein Haus zu haben. So, warum kann ich es nicht in ein Haus irgendwann dann? Hm. Ich habe doch vorhin hier drauf geklickt. Das wundert mich halt. Okay. Wir schauen einfach nochmal nach. Ob wir das noch im Nachhinein können. Auch wenn es halt dumm ist, im Nachhinein sein Haus. So. Okay. Jetzt geht's. Gut. Dann haben wir erstmal das geschafft, was wir schaffen wollten. Tun hier ein paar rein, damit es schneller upgraden kann. So, das ist jetzt auf 5. Hatte gleich seine 10, die es haben will. Oder 15 waren das. Ja, 10 sogar nur. Ups. Und von da aus ist es eigentlich egal, wo wir die lagern. Ich glaube, wir lagern die einfach hier vorne. Warum brauchen wir 25 nur? So. Hey, ich habe doch gerade Q gedrückt gehabt. Oh Mann. Ist okay. Dann drücken wir hier nochmal. Und schicken die wieder rüber. So. Okay. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und seid gespannt, wie das hier alles noch weiter sich entwickeln wird. Und haut raus und bis demnächst. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.